Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Und ich habe gerade unter Umständen am... gerade gesagt, dass es mir auffällt, dass ich zum Ende des Streams euch immer anzwinker. Und das könnte vielleicht gleich creepy wirken. Leider wurde dieser Verdacht bestätigt, in dem die Leute gesagt haben, ja, du bist creepy, Slide. Ich würde jetzt sagen, das tut mir leid, aber tut es irgendwie nicht. Hi, Heal. Hier gibt es doch bestimmt was Geiles. Oh, hier gibt es einen Weg. Ich muss ja jetzt hier, warum auch immer, mal geht es hier alles auf, ist mir egal. Das könnte der Weg zum Würmchen sein. Du bist der wohl fieseste Motherfucker. Ernsthaft? Wirklich? Du sperrst mich aus? Ey. Bastard. Okay. Halt nicht. War ich hier oben schon? Bin ich diesen gefährlichen Weg schon hochgerutscht? Ich glaube, ja. So. Nein. Ich bin ein Shop-and-Rand-God. Und wenn deine Flamme dich friendzolt. Starring... Starring Mantis vs. Slide. Nice. Hi. Möchte ich ein Stück näher kommen? Oh. Er hat dann halt deine Freunde. Hi. Wollte nicht beide Stückchen näher kommen? Richtig. Duel Party. Nice kann ich. Immerher damit. Oh. Oh. Der war war. Hahahaha. Direkt ins Gesicht. Verdient möchte ich noch sagen. Und ja, unter Umständen habe ich ja eine sehr schäbige Lache. Aber hey. Das solltet ihr, wenn ihr meinen ganzen YouTube-Kram schaut, vielleicht schon mitbekommen habt. Yo. Der sagte mir, dass meine Nadel ziemlich kacke ist, ne? Ich habe das Bedürfnis, mein Geld in Sicherheit zu bringen und später wieder zu kommen. Ach, fuck it. Ich will hier niemanden herausfordern. Die haben gesagt, dass meine Nadel scheiße ist. Ich will da doch nur sterben. Ich bin doch noch zu jung zum Sterben. Bring das Geld weg. Genau das denke ich mir auch. Bring meine Schäfchen jetzt trocken. Und alle so. Oh, fuck. Das Schlimme ist, ich habe nicht meine Ahnung, wo ich eine bessere Nadel kriege. Äh. Yo. Links lang. Ja, ich werde jetzt zurück, ich werde jetzt zurück nach Hause gehen. Ich muss nur gerade ein paar Käfer platt machen. Ja, ja, ich muss, ich muss nach Hause. Ich muss, ich muss nach Hause. Ich muss ja schauen, war das der Weg nach oben? Da ist der Weg nach oben. Puh. Ja, dann. Ach, fuck. Hier war nichts mehr. Den Ras macht Platz. Ach, sehr schön. Wie das Geld zu mir kommt. Nie wieder eine versäumte Münze. Hervorragend. Oh, fuck. Hier schon wieder. Hans? Hans, nein. Böser Hans. Muss links. Alles klar. Was war hier? Erstmal heile ich mich. Irgendeine Scheiße war hier auch. Oh, das war hier. Aha, aha, aha. Ne, hier war einfach gar nichts. Das war, war... So lustig. Ich fall nachher aus dem Loch hier raus, ne? Aber rein in das Loch kann ich nicht. Muss von oben kommen. Creepy. Schon so ein bisschen. Hier oben lang, oder? Ja, ich will hier oben lang. Das ist natürlich dankbare Opfer. Möchte ich auch nochmal erwähnen. Oh, hier war Calcifer? Calcifer heißt der Dude, ne? Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kommst du nicht einfach eine Karte von diesem Gebiet? In unserem Geschäft im Missmund. Jetzt zu einem exzellenten Preis erhältlich. Cornifer. Calcifer, Cornifer. Ja. Dieses Summen. Ohne Scheiß, wir haben das letzte Mal ja Hall of the Mountain King, also dem Bergkönig, uns angehört. Ja, es ist nicht die Melodie, aber sie ist ähnlich, finde ich. Es ist schon, ich finde es super ähnlich. Ja, Hans, ist ja gut. Hans, ich habe keine Zeit für dich. Ich will mich auch gar nicht mit dir prügeln. Lass mich einfach durch. Als erstes. Als erstes, Leute, holen wir erstmal alles Geld, was wir haben. Hier ist nämlich die Bank. Ich weiß, dass ich schon was eingezahlt habe. Ja, ich möchte abheben. Abheben. 1200. Wir gehen shoppen. Wir gehen shoppen. Ich weiß, dass ich mit 1900 irgendwas bekomme, aber das ist mir jetzt gerade egal. Chilo, lalala. Ja, Chilo, lalala. Du, mich auch. Shopping. Wo sieht es aus? Ne, hier gab es keine Karte. Warum war ich Calcifer in diesem blöden Quallengebiet noch nicht gefunden habe? So, wo musste ich lang? Wo ist die hier unten? Was ist eigentlich hier mit dir? Warte mal. Irgendwo war doch noch einer hier. Diese Olle, war die hier? Diese kopflose? Ja, hier. Hast du was Neues? Dieser Ort muss einst einen großen Knotenpunkt gewesen sein. Ja, okay, das hattest du mir schon. Ach, du bist für die Leckerbüsten zuständig, ne? Na ja, du warst so eine Snackfee. So, ich mag den, diesen dauergrimmigen, habe ich irgendwas Neues aufgezeichnet? Der ist halt dauergrimmig, aber ist irgendwie witzig. So, auf nach Mistmond, Leute. Wo gab es denn da einen Waffenschmied? Ich bin irgendwie übersehen. Voll gut. Ich brauche auch so ein Rüpelhaustier. Ach, herrlich. Ach, Opa. Hey, alles fehlt. Die Hauptstadt von Heilandsnet ist, was die meisten mutigen Abenteurer sehen möchten. Vermutlich im Schätz zu plündern. Von diesen muss es nur so wimmeln. Die Stadt liegt in der Mitte des Königsreis. Jedoch sollen die Tore versiegelt sein. Weshalb es schwierig sein kann, sie zu betreten. Jeder Käfer, der auch nur mit einem Bruchteil der Reichtümer dort zurückkehrt, wird er ausgesorgt. Trotz meines Alters habe ich nur wenige gesehen, die es geschafft haben. Das muss etwas über die Gefahren dort aussagen. So. Moins, Leih. Ist der noch irgendwie? Mir fällt gerade was auf, Leute, ne? So, nein, ich komme hier nicht wieder lang. Oh, fuck. Und wie ich hier wieder langkomme. Ah, 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 ah. Bitch, please. Oh, yeah, baby. Da werden wir gleich direkt als nächstes erkunden. Wir sagen aber erstmal beim Sly, hallo. Hi, Sly. Kann der mir ne Waffe kaufen, ne? Also, das will ich halt haben, die blöde Laterne. Aber das Gefiesstück ist halt sexy as fuck. Ich muss das haben, weil... Ich muss das haben. Und das wäre schon etwas, worauf ich gerne sparen würde. So, wir tun erstmal speichern. Du warst Kaisifers... Oh, ich habe den Namen wieder vergessen. Aber du hast jetzt nur leuchtende Markierung. Okay, also nichts. Wo ist denn der Schmied? Hat der Opa was zu sagen? Was für ein Name, die ich kleines Dürfel. Das hier ist. Die Luft stinkt und die Bewohner haben neugierige Augen. Ich werde, sobald wir hier wieder runtergehen. Ja, ja. Aber wo ist denn der Schmied? Ich habe keinen Schmied getroffen. Alles, was ich getroffen habe, ist hier eine komische Frau. Wofür ich ganz viel Geld ausgegeben habe. Also, nicht für die Frau, aber für den Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, was die alle machen. Hallo, mal wieder. Wie ist es dir gegangen? Kommst du zu mir, weil du etwas bedauerst? Was heißt bedauern? Heißt das, wenn ich mal sterbe? Ja, das stößt zu meinem Herzen. Ja, toll. Jetzt habe ich viel Geld und ich wollte eine neue Nadel. Wo ist denn der Schmied? Hier macht die Tür auf. Da ist noch einer. Ja, dann leck mich. Gehe ich jetzt hier oben links lang. Hast du jetzt davon? Gehe wieder zurück. Höhere Wesen. Diese Worte sind euch alleine bestimmt. Ich bin ein höheres Wesen. Jenseits dieses Ortes liegt das Land des Königs und des Schöpfers. Überschreitet diese Schwelle und beugt euch unseren Gesetzen. Werdet Zeuge der letzten und einzigen Zivilisation des ewigen Königsreichs Heilandnest. Oh ja, nice. Hi. Ich wollte gerade sagen, ah, ich bin runtergefallen. Ich habe keine Ahnung, was hier ist, aber ich finde es gut. Ich muss jetzt trotzdem erstmal... Oh, fuck. Plattformmeister 2000 hat wir gesessen. Nicht wieder rüber, von da bin ich doch gekommen. Okay, komme ich ja nicht rüber. Oh, fuck. Danke. Ah, ja, 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 okay, okay, okay. Wir gehen trotzdem links. Weil... Links. Hi. Ich weiß halt nie, ob ich die kaputt machen soll. Ich meine, ich finde es voll super, dass ich das hier kann, aber... Was bringt mir das? Oh. 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 Ich habe keine Ahnung, bin ich von hier mal gekommen? Oh, der hat mir noch was zu sagen. Den Text noch. Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Eure große Stärke zeichnet euch als zu... Als uns Zugehörige aus. Fokussiert eure Sehnen und verbringt so, wovon andere nur träumen können. Sammle Sehnen und du Gegner triffst. Hattep, okay, das war Tutorial Shit. Ernsthaft? Ich mache jetzt den Tutorial Shit? Oh, nice. Ja, ich mache den Tutorial Shit halt nochmal. Nee, oder? Das ist jetzt noch nicht so. Sly, geh doch mal zurück ins Tutorial, weil... Nee, oder? War das ein Ton vom Spielen oder die 15 Minuten Grenze? Das war die 15 Minuten Grenze. Ein sehr angenehmer, ruhiger Ton, den ich jetzt gerade maßlos überziehe, weil ich mir dachte so, ach, fuck, machen wir das mal. Weil ich, äh... Da ist der Letzte. Ich habe den Lümmel schon gesucht. Ich wusste, dass er irgendwo ist. Ist halt noch irgendwas. Ich sehe das doch, dass hier noch irgendwas ist. Ha, 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 ha. You see that? Bitch, I do it. So, in der nächsten Folge. Ich wusste es. Euer Slide. Ciao.